Dieses zum Kauf angebotene 5 Zimmer ein Familienhaus befindet sich in Wandlitz. Das im Jahr 1998 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 794 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 163 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 349.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.